yo leute was geht ab man hier am start wir zucken mal hier eine runde diamond und gold gucken wir mal ob hier irgendwas passiert habe ich glaube ich beim filmen noch nie gespielt und ich bin ein und ich bin ein und ich bin ein und ich habe das ganze mal ihre die Hunde gehadiert habe ich es auf einmal am 8 schien als sie wieder in des Modell. aber ich bin ein, wie ich es wirkt parents jeden Tag in den Atelier diese sind die Hunde zu bieten und ich habe es schon mal einen und ich bin einfach nur hier an, der sich in der Baume zu bieten ich bin ein und ich bin aber nicht, dass ich halt nicht habe ich früher auch mal öfters brecher darauf gesehen wenn man sie mit ag so weise weil wenn die freispieler kriegst kommt ja links und rechts diese welt line aber öfters mal gesehen hat die leute hier so töpfe gekriegt haben weiß deswegen einfach mal lauern selten wo das mal rausgekommen ist damals damit viele gespielt aber jetzt aber ich hatte jetzt einfach mal bock darauf hier so ein kackspiel zu zocken sowieso alles der gleiche dreck ob ich das spiele das spiele ja wie man nennt nicht sehen ja ganz schwer nur so ein giorno bis gewinnen eigentlich soll also meinen meines wissen so im kopf haben von damals der öftersten spiele jemals weil er auch viele todläufe hat ja mach mal auf schütt mal aus die scheiße abgebranntes das braucht man eh nur noch zwiebelleder drin hat immer mal ein zwei mark gegeben hier jung hol dich wird süß tja das scheint wohl der erste todläufer zu sein dann gehen wir hier am novo jetzt so leute wir fangen mal hier mit book of raw magic an gucken wir mal ob wir hier mal reinkommen oder was ja ich ja ich ich ja ich 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 Das war's für heute. Anzeichenmäßig ist hier grad nicht viel, Leute. Gehen wir mal in die Bücher hier rein. Gucken wir mal, ob hier was geht. Danach werden wir mal hier an Magie in Vampires Night zocken. Haben wir auch welche nachgefragt. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen Glück da haben. Ich habe da ein bisschen Glück. Wir sehen uns hier oben. Was ist hier oben? Weiss, die hier oben ist. Wir sehen uns hier oben. 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 so leute ich muss manchmal branken weil ich dann kurz an die andere kiste muss um zu laden so sieht er wieder nach Grasnarbe aus auf Schluckphase hier kommt wein zu da rappelt er wieder angeblich durch so leute wie gesagt wir machen hier weiter mit Vampires Knight schauen wir mal ok ahja erster Dreh drinnen ne Scheisse aber in dem Spiel kommen wir natürlich gut und gerne schon mal öfters rein und man muss natürlich verwandeln sonst bringt das ja nichts schade schwein warum nicht noch da so ein Schwertchen rein hier kannst du ja wirklich froh sein wenn du für jedes Ding was der in Wife verwandelt ja nö aber die ganzen Viecher die da rumfliegen die bringen nichts ne brauchst schon so ein zwei volle Reihen so weißt du so wie das so weißt du dass direkt zwei Symbole hast und was weiß ich viel ca da rumfliegt dann ist das sowieso rumfliegen ja alles bei der Neuauflage auch ne es gibt ja jetzt auch noch eine Neuauflage ne ja kann sein es ist ähnlich wie das auch ja alles alles Dreck hier kannst schon knicken schade 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 nur vorne hat der Wells und nirgends so dass das keine Verlängerung ist das finde ich auch eine Frechheit ne kriegst du schon wenn die Männer glatt rein so weißt du du zieh noch nicht mehr weil du ja gar nicht querziehen ne ja ja logisch deswegen guck mal da unten guck mal jetzt ist noch so ein Dreck hier sowas hätte er vorgegeben müssen weil jetzt hätte er dann in der Mitte und so auch etwas ist vorbei ja da wartet ja nicht viel aber so Minimum 60-50 Euro guck mal die Bilder 2x4 Frauen hast du da Pause laut ja ja logisch ja ja logisch jetzt hat er sich die Bereiche gemacht wo uns hier ungestört filmen kann tja vielleicht kommen wir ja nochmal rein hier back to back der läuft dann vielleicht ein bisschen anders besser ja 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 hm ja 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 Ach so, auf der Möhre, also bei dem Müller noch so, ne? Ja, das ist halt die Seltenheit, wie man das so angrast. Tu mal da rein, bitte. Gehen wir mal auf 80 Cent Leute, weil da ist ja hier kein Anzeichen mehr, das ist ja nur Fresserei. Vielen Dank. Aha, hey? Schade. Ein Mann. Ja. Ein Mann, ja? Ja, ich lebe. Aber sie sind schon mal. Ja, es ist ja ... Ja, heute konnten sie ja viel sparen. Heute haben wir alle erst um 18 Uhr aufgemacht. Sonst wären sie heute morgen schon abgefackelt. Die Munition ist noch da. Ja, aber wie gesagt, nur weil heute morgen ja nicht auf war. Jetzt werden die meisten schon geköpft. Popcorn hat auch wieder die Seuche mitgebracht. Ein altes Saukerl. Miese Krise. Das ist ein Müllmaler wie hier in den Stadien. Ja Leute, wenn jetzt hier nichts mehr passiert, mache ich den Part auch zu. Vergesst das Abonnieren nicht, die Glocke aktivieren. Liken, kommentieren, scheißegal, alles kostet alles nichts. Und ja. Gar nichts, dir passiert ja auch nichts. Erstmal diese Scheiße am Anfang da, dann das Spiel jetzt einmal rein. Du hast ja gesehen. Aber er trägt einen Unfall hier. Und das war's. Haut rein Leute. Viel Spaß. Drei Maler. Drei Maler.